Im Tanzlokal Nina in Bottrop warten sie alle nur auf ihn. Dschungelkönig Menderes. Es ist seine erste Performance nach dem australischen Dschungel. Ich bin nach Hause und dann konnte ich das alles eigentlich so ausblenden. Das ist jetzt gar nicht so bei mir so richtig angekommen. Ich würde mir gerne wünschen, dass mich mehr Leute ernst nehmen, aber man kann ja nicht jeden dazu zwingen, dass sie mich jetzt ernst nehmen. Von mir aus kann es auch so weiterlaufen. Es ist jetzt nicht so tragisch, es ist kein Weltuntergang. Die Dschungelkrone bedeutet nun auch das große Geld für Menderes. Was hat er sich eigentlich als erstes von der Dschungelkohle gekauft? Ich habe mir Dings geholt, was zu trinken, was leckeres. Also ein Coffee-Frappuccino. Also ein Coffee-Frappuccino und so mit Sojamilch. Das war ganz angenehm. Erster Auftritt als Dschungelkönig und zum ersten Mal stehen auch die Damenschlange. Wie geht Jungfrau Menderes mit dem plötzlichen Erfolg bei den Frauen um? Das ist einfach viel zu viel, glaube ich. Darauf habe ich mich jetzt gar nicht eingelassen. Das Ganze, also ich habe eher das so ignoriert erst mal. Wenn ich jetzt dazu komme, jetzt so teile technisch, dass alles so gut klappt, dann werde ich darauf zurückkommen. Musik bleibt also die einzige große Liebe im Leben von Dschungel-Liebling Menderes. Zumindest vorerst. Musik 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 Musik